Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute habe ich eine große Ehre, nämlich zwei Wissenschaftler hier zu haben, um über das Thema Gesundheit und Elektrosmog ein bisschen genau hinzuschauen. Das heisst, es wird eine sehr wissenschaftliche, mit Studium belegte Sendung und ich darf Sie ganz sicher auf eine spannende Reise mitnehmen. Bleiben Sie dran, nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meine zwei Gäste zeigen. Einerseits die Frau Dr. Diana Hentz, ganz herzlich willkommen. Du bist Kognitions- und Neurowissenschaftlerin. Danke, dass du da bist. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich der Dr. M. Kurt Müller, unser Umweltexperte, Umweltmediziner. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Und dieses Thema 5G ist heute aller Munde und ja auch die Relevanz von Elektrosmog auf die Gesundheit. Das sollten wir heute einfach mal aus der Sicht der Wissenschaft anschauen. Und da möchte ich gleich mal zuerst mit dem Alter von Schönheit zuerst mal mit dir anfangen. Lieber Kurt, willst du uns da mal ein paar Impulse geben in Bezug auf das Thema? Ja, wir wollten uns heute ein bisschen damit beschäftigen, wie hat sich der Mensch entwickelt und können wir in dieser Entwicklung des Menschen immer wieder neue Dinge dazugeben? Bei schon vorbestehender Änderung vieler anderer Dinge? Oder gibt es irgendwo Grenzen für den Menschen? Können wir mit der Einzelsystembetrachtung dem gerecht werden, wie die Welt ist, die mit komplexen Einflüssen auf den Menschen eben einwirkt? Ich habe an den Anfang ein bisschen evolutionäre Betrachtung gestellt. Es ist manchmal sinnvoll, sich an das Grundlegende nochmal heranzumachen, um dann das Spezielle in seinem Vorteil oder auch seinem Risiko besser beurteilen zu können. Denn die Welt hat sich entwickelt durch Änderungen. Die Lebewesen mussten sich entwickeln in Bezug auf diese Änderung. Das waren lange Zeiträume, in denen das geschehen ist. Und so macht es eben mal einen Sinn, wie gut ging das? Was läuft da schief? Wo haben wir uns angepasst? Da habe ich auf diesem ersten Bild, das wir hier sehen, so ein bisschen zusammengefasst, unter welchen Konditionen hat sich denn Leben auf der Erde entwickelt? Und das waren einmal die Gegebenheiten des Planeten, die bedeutsam waren, also die Erde, die Erdbeschaffenheit, das Wasser, die Atmosphäre, die sich im Übrigen geändert hat in der Entwicklungszeit. Wir hatten anfangs in der Atmosphäre gar keinen Sauerstoff. Er war nur im Wasser gelöst vorhanden. Vor etwa 2,4 Milliarden Jahren hatten wir dann durch Funktion der Bakterien im Wasser eine Sauerstoffbildung, die dann zu einer Atmosphäre von 2 bis 4 Prozent Sauerstoff führte. Das heißt, der Sauerstoff war zunächst mal gar nicht in der Menge vorhanden, wie wir ihn heute ganz selbstverständlich mit 21 Prozent annehmen. Die Zusammensetzung des Lichtes hat sich durchaus verändert und elektromagnetische Felder gab es damals auch schon. Die Tatsache, dass es solche Felder gab, verleitet so ein bisschen dazu, auch die Industrie dazu zu sagen, wie sollen denn unsere heutigen technischen elektromagnetischen Felder etwas ausmachen, die oftmals viel schwächer sind als natürliche Felder, mit denen wir leben. Und um dieses Missverständnis geht es mir dann eigentlich. Dinge, an denen wir uns evolutionär entwickelt haben, können durchaus in starker Form vorhanden sein. Sie sind uns aber vertraut und Teil unserer Evolution. Das heißt, wir haben uns an sie angepasst und wir haben überlebt unter den Bedingungen, weil wir angepasst haben. Und immer, wenn wir nicht angepasst wurden, gab es eine Selektion unter den Lebewesen. Unter dem Strich sehen wir die zweite Hälfte, die bedeutsam ist. Das sind Lebewesen, die auch auf diesem Planeten leben wollten. Und da entstand natürlich die Frage, sind sie Gegner unseres Lebensraums? Müssen wir uns ihrer erwehren? Oder sind es Lebewesen, mit denen wir kooperieren können? Also eine Symbiontech ist ja da ganz klar vorhanden, oder? Die ganze Darmflora verdanken wir dieser Kooperation. Die Viren sehen wir üblicherweise als Gegner an, gerade in der heutigen Zeit. Diese einseitige Sicht ist durchaus auch nicht gerechtfertigt. Es gibt jetzt Forschung, die sich mit dem befasst, was wir Virom nennen. Das ist ein analoger Begriff zu dem Mikrobiom der Darmflora. Und diese Forschung zeigt durchaus, dass Virusbestandteile in unsere eigene DNA aufgenommen wurden, die ein Vorteil waren. Das heißt, diese Prozesse, die damals abgelaufen sind, und die haben unsere Funktionssysteme im Körper geprägt. Und mit denen sind wir ausgerüstet. Und diese Entwicklung der Funktionen hat einen langen Zeitraum gebraucht. Und es ist die allgemein falsche Vorstellung, dass wir in diesen Funktionen uns sehr schnell ändern können, uns anpassen können. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Bei der Welt, in der wir heute leben, und das habe ich in dem Bild jetzt rechts dargestellt, haben wir eigentlich die gleichen Funktionssysteme zur Verfügung, wie die, die wir über die Jahrmilliarden Jahre entwickelt haben. Das Einzige, was hier jetzt ganz anders geworden ist, wir haben solche neuen Änderungen in allen Lebensbereichen, regionale, örtliche Veränderungen im Bereich von Beruf, Arbeitsplatz. Der Wohnbereich ist ein Belastungsbereich geworden und nicht mehr eine Höhle, die natürlich ist. Das heißt, das, was wir im Wohnbereich haben, müssen wir auch verarbeiten. Mit den alloplastischen Materialien sind Materialien angesprochen, die wir medizinisch in den Körper bringen. Der Zahnarzt ist ein Beispiel, der das macht. Der Orthopäde, der Hüften einsetzt, ist das. Der Kardiologe, der ein Student einsetzt, arbeitet auch mit Fremdmaterialien. Und unten angeführt habe ich die Nahrung, weil die Nahrung nicht mehr naturbelassen ist, sondern wir ändern Nahrung in ihrer Form, wir verändern sie sogar genetisch und denken, dass diese Änderungen nichts bedeuten. Tatsächlich schaffen sie ein neues Produkt und der Körper muss immer die Frage beantworten, will ich mit diesem neuen Produkt weiter eine Koexistenz eingehen, ist es geeignet dazu oder wehre ich mich. Dieses Tolerieren und Wehren ist in uns Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Der eine Mensch neigt mehr zum Wehren, der andere mehr zum Tolerieren. Insofern ist der Umgang mit dieser neuen Welt nicht gleich. In der blauen Spalte rechts außen habe ich dann die vielen Chemikalien dargestellt und auch Lärm, diese Dinge, die einwirken. Das will ich nicht im Detail ansprechen. Ein bisschen thematisieren möchte ich den Stress. Stress gab es evolutionsmäßig schon sehr früh, weil Stress bedeutet Leistung hochfahren können. Das war schon notwendig, auch in der Zeit der Jäger und Sammler. Wenn ich in einer Gruppe durch den Busch gezogen bin und der Bär stand plötzlich da, musste ich hellwach sein. Ich musste überwachen, wie reagiere ich. Ich musste in eine andere Handlungssituation kommen, um solche Lebenssituationen zu bewältigen oder auch kriegerische Auseinandersetzungen und so etwas. Also der Stress ist nicht neu. Wir betonen ihn nur heute mehr. Und obwohl wir mehr Freizeit haben, scheint es dennoch so, als habe der Stress zugenommen. Und insofern ist mir die nächste Folie besonders wichtig, weil ich dort nochmal auf den Stress besonders eingehe. Und es ist recht spannend, was Selye zu dem Thema Stress in der eigenen Entwicklung gesagt hat. Er hat ja in Wien zunächst geforscht, der ist Ungar gewesen und stammte aus Budapest, war dann in Wien an der Universität. Und dort prägte er diesen Begriff des Stress zunächst. Und den Begriff Stress hatte er aus der Metallurgie übernommen. Es war kein von Selye geschaffener Begriff. Er existierte nur in einer anderen Disziplin. Und die Metallurgie gebrauchte den Begriff Stress bei der Bearbeitung von Metallen. Weil wenn ich Metalle bearbeite, gerät das Metall in eine Spannungssituation. Und die nannte die Metallurgie Stress. Und diesen Begriff der Spannung und Anspannung übernahm Selye in die Medizin und verstand zunächst darunter auch eine eher mentale Anspannung, Prüfungsstress, Stress am Arbeitsplatz, unter Zeitdruck und so weiter. Das war zunächst auch seine Sicht auf den Stress. Und als er dann in den USA war, änderte und erweiterte er diesen Stressbegriff außerordentlich. Und er sagte, Stress ist alles, was der Körper nicht in seiner Normalfunktion erledigen kann. Diese Interpretation von Selye baut uns Brücken in die verschiedensten Funktionsbereiche des Menschen hinein. Wir sind nicht mehr einseitig mental ausgerichtet im Stressverständnis, sondern wir stehen das auch organisch. Stress ist zum Beispiel, wenn der Sportler in einem Wettkampf ist und körperlich sich außerordentlich verausgabt, dann ist das ebenfalls Stress. Und wenn ich Angst habe, den Zug zu verpassen und hetze hinterher und renne, dann ist das Rennen auch ein körperlicher Stress. Das heißt, der Blick auf den Stress wurde von ihm außerordentlich erweitert. Und das müssen wir bedenken, wenn wir heute über die neue Welt reden, in der wir leben, weil wir einfach durch die viel größere Herausforderung an den Körper im Alltag leben zu können, durch die immer neuen Dinge, die wir hinzufügen, natürlich den Körper immer wieder herausfordern, Dinge nicht im Normalbetrieb mehr leisten zu können. Das heißt, er muss hochschalten. Und wenn wir immer eine neue Idee der vorhandenen Welt hinzufügen, kommt eine neue Aufgabe auf den Körper zu. Und das hat nichts mit Toxikologie zu tun. Der Körper muss überlegen, wie kann ich eine Koexistenz schaffen mit dem? Und wie bekomme ich das hin, wenn ich schon vier, fünf, sechs, sieben andere neue Dinge hinzubekommen habe? Das heißt, im Prinzip sind diese jetzt allumfassenden Dinge, die wir einbringen, haben eine evolutionäre Bedeutung. Und dieser Dimension sind wir uns nicht vertraut. Ich will auch sagen, dass wir nicht begriffen haben, dass wenn wir die Welt so gestalten, dass der Mensch inzwischen das Potenzial hat, evolutionäre Bedeutung zu haben durch sein Handeln. Das war früher nicht. Der Mensch wurde entwickelt, weil die Natur so war. Wir tun jetzt aber Dinge, die unsere Lebensbedingungen ändern. Wir tun Dinge, die den Planeten in seiner Funktion ändern. Das heißt, wir sind in der Lage, einmal aufgrund der Masse an Menschen, die wir sind, aber auch aufgrund unserer Handlungsweise Dinge zu tun, die evolutionäre Bedeutung haben. Und in eine solche Situation setzen wir dann eben 5G hinein. Wir haben keine unbelastete, jungfräuliche Situation. Und wir müssen uns, und diese Forderung muss man für die Zukunft einfach stellen, wir müssen uns besser vergewissern, wenn wir etwas Neues hinzufügen, welche Dimension das Neue hinzugefügte hat. Und da ist eine Grenzwertdebatte einfach nicht ausreichend. In dieser Folie habe ich etwas dargestellt aus der Schweiz. Das habe ich einer dem Schweizer Umweltpanel entnommen. Und die haben dort gefragt, 2020 war das, glaube ich, Welche Faktoren sind der Gesellschaft besonders wichtig, die zu beachten sind, wenn wir 5G einführen? Und da war etwas mehr als die Hälfte der Meinung, dass über 50 Prozent, dass die Gesundheit ein wesentlicher Aspekt ist. Die nächsthöhere Säule von links, die grüne Säule, beantwortet die Frage, was ist das Nächste, was wichtig ist? Und da war die Datensicherheit der Gesellschaft, ich glaube, mit knapp 30 Prozent, ein wichtiger Aspekt. Und dann kommt etwas Merkwürdiges. In der tiefen, hellblauen Säule wurde gefragt, wie wichtig ist das Thema Elektrohypersensitivität der Gesellschaft? Und das waren, glaube ich, 12 Prozent knapp, die das betont haben. Mich hat es etwas gewundert, warum das Thema Gesundheit und Elektrohypersensitivität getrennt befragt wurde, weil die Elektrohypersensitivität gehört ja in die Gesundheit mit hinein. Nehmen wir diese beiden Aspekte zusammen, haben über 70 Prozent der Befragten ein gesundheitliches Thema als wichtigste Angelegenheit in dem Thema angesehen. Und das ist so, das überrascht so ein bisschen, wenn man sich dann anschaut, wie gut ist die Gesellschaft informiert oder wie sehr beschäftigt sie sich damit. Weil die, die sich sehr gut beschäftigen, sind die in der rechten, niedrigsten Säule. Links draußen beschäftigen sich gar nicht damit. Dann die grüne Säule ein wenig kaum und die hohe blaue Säule ein wenig. Also schon 51 Prozent beschäftigt sich damit? Ein bisschen? Ein bisschen nur, aber eben sehr gut. Nur wirklich eine Minderheit. Wenn man dann in dieser Studie nachliest und sagt, welche Strukturen informieren denn diese Gesellschaft über das, womit sie sich beschäftigen sollten und wie informieren wir unabhängig, dann findet man gar nichts. Denn man findet keine unabhängige Institution, die die Gesellschaft wertfrei, ohne ein Bias, ohne eine Interessenkopplung tatsächlich informiert. Das ist für mich eines der größten Zeitprobleme, was wir überhaupt haben. Das heißt, wie informieren wir unabhängig, ohne Zielsetzung? Und wir haben einfach, das hatten wir schon in früheren Sendungen ein bisschen thematisiert, wir haben eine Monopolisierung von Meinung, weil wir wissenschaftliche Meinung mit Interessen seitens des Staates teilweise, seitens der Industrie verknüpfen und dadurch eine breite Diskussion dieser Themen eigentlich unterbinden. Und wenn wir nicht zurückkommen zu einer breiten Diskussion dieser Dinge und die Bevölkerung durch Mitwirken an der Entscheidung besser mit ins Boot nehmen, werden wir diesen Dingen nicht gerecht, weil sie greifen in das Leben und das werden wir später, wenn wir unsere Studienergebnisse besprechen, zeigen, sie greifen einfach in die Lebensgestaltung der Menschen außerordentlich ein und dann brauchen wir Offenheit. Wir müssen es lernen, mit offenen Karten zu spielen und wir müssen es auch lernen, mit kontroverser Meinung umzugehen. Wir haben die Diskussionskultur verloren und wir schaffen von vornherein ein Panel der Richtigkeit und ein Panel des Falschen. Und wenn wir die immer trennen, findet die Diskussion, die die Gesellschaft für die Information dringend braucht, findet nicht statt. Was ich sehr bedauere ist, dass die Wissenschaft sich nicht ausgeklammert hat und darauf bestanden hat, diese Diskussion zu führen. Das war ja früher unsere Stärke in der Wissenschaft, dass wir Kontroversen ausgetragen haben, aber das haben wir eben erst nicht in Talkshows gemacht, sondern wir haben es uns auf den eigenen Veranstaltungen der Gesellschaften gemacht und da ging es durchaus auch früher mal heiß her, weil eben verschiedene Meinungen aufeinander aufprallten. Da ist interessant, was in der rechten Seite dieser Folie steht, denn das ist die Meinung des Umweltbundesamts 2019, was sie in der Tagesschau sagten und sie sagten zu 5G gibt es außer den Hinweis auf thermische Effekte keinen Hinweis. dass irgendwelche Probleme auftreten könnten. Zu diesem Zeitpunkt 2019 waren diese Publikationen an der linken Seite alle publiziert. Das heißt, das Amt hat einfach ignoriert, was in der Wissenschaftswelt auf dem Tisch lag. Im Übrigen hat später die Stiftung Warentest einen Artikel geschrieben, die hat genauso diese Wissenschaft ignoriert. Ich war in der Sitzung der Stiftung Warentest dabei und hatte die Literatur ihnen ja per Internet zugestellt. Das heißt, man streicht einfach Erkenntnisse heraus, die man längst hat und teilt sie der Bevölkerung nicht mit, um Argon nicht eben zu erzeugen. Und in dieser Folie habe ich ein bisschen dargestellt, was sagen diese Arbeiten. Die erste von Starke sagt, die Grenzwerte sind falsch. Nun ist das nicht irgendwer, sondern Starke war Mitglied der ITSNIRP. Die ITSNIRP ist eine von Industrie und Staat geschaffene Gesellschaft, die uns künftig vorgibt, wo sind die Grenzwerte. Es ist ein typischer Interessenkonflikt. Es ist nicht ein von uns von der Gesellschaft gewollte Institutionen, sondern sie ist eingerichtet von Institutionen einschließlich dem Staat, die Interessen ja haben. Der Staat wird Forschung nicht unterstützen, wenn er Sendefrequenzen verkauft und damit Geld einnimmt, um hinterher zu beforschen, dass die Nutzung der Frequenzen ein Risiko ist. Das ist nicht in seinem Interesse. Und die Industrie, die etwas verkaufen will, hat auch kein großes Interesse daran. Also schafft man eben auch Grenzwerte, die es wahrscheinlich machen, dass man damit auch auf den Markt kommen kann. Dieser Starke hat gezeigt, dass alles stimmt nicht. Die nächste von Lin zeigt, dass es genetische Einflüsse und Einflüsse gibt und dass damit natürlich, auch wenn es in die Genetik von Zeilen eingrifft, im Prinzip auch ein Krebsrisiko gibt. Es wird immer noch kontrovers diskutiert, ob elektromagnetische Felder das haben. Aber wenn etwas in die Genetik eingreift, müssen wir darüber nachdenken können. Und vor allen Dingen müssen die Ärzte anfangen, bei ihren Krebsregistern diesen Aspekt als möglichen mit hineinzunehmen durch Kartografien. Wenn ich dann denke, wie der Professor Bauer in der Nachkriegszeit kartografiert hat, wo Krebs auftrat, regional, welche Arten. So etwas war eigentlich wegweisend für die Krebsforschung damals. Und wir haben es heute ganz ad acta gelegt. Sage dann in der dritten Publikation hat nachgewiesen, dass epigenetische Effekte sind. Und wir wissen, wie wichtig die Epigenetik ist für unsere Ausgestaltung, dass wir drei hier, gut, das Geschlecht ist eine Sondervariante untereinander, aber dass wir so unterschiedlich aussehen, ist maßgeblich auch über die Epigenetik bestimmt und nicht allein über die Genetik. Yaki Menko hat dann 2015 eine ganz, ganz wichtige Publikation veröffentlicht und gezeigt, dass oxidativer Stress entsteht. Wir wissen, dass oxidativer Stress ein Regulator von Entzündung ist. Und da kommen wir dann nachher zu unserer Studie rein, weil die an dieser Stelle eingreift. Wir wissen aber auch, dass oxidativer Stress und Entzündung zu Depressionen führt. Und den Zusammenhang zu elektromagnetischen Feldern hat Martin Paul bereits vor dieser Stellungnahme des Umweltbundesamtes publiziert gehabt. Wir wissen aber auch von Grundlagenpublikationen von Danza aus Houston zum Beispiel, wie sehr eben oxidativer Stress und Entzündung mit depressiven Erkrankungen, auch mit psychotischen Erkrankungen verbunden ist. Heuser, ein deutscher Amerikaner, der in den USA schon lange lebt. Er ist ein Methusalem der Forschung. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er hat mich auch mal besucht hier in Deutschland. Und wir haben gemeinsam geforscht an der Veränderung der Perfusion des Gehirns und des Stoffwechselaustausches unter chemischen Einflüssen. Und Heuser hat eben gezeigt, dass diese Perfusionsänderungen auch bei elektromagnetischen Feldern auftreten. Da zeige ich nachher noch ein Bild. Und dann etwas ganz Ärgerliches. Chen hat gezeigt, dass die Stammzellen verändert werden in ihrer Funktionsweise. Und da greifen wir natürlich in ein grundlegendes Element hinein. Und dann müssen wir über diese Dinge doch auch einfach sprechen und diskutieren können. Unsere 5G-Studie, die Diana Hens und ich zusammen gemacht haben, greift dort ein, wo ich diesen blauen Punkt hierhin gemalt habe. Wir haben diese Lücke versucht zu füllen. Und es ist schwierig, genetische Untersuchungen zu machen. Da haben wir die Labormöglichkeiten nicht dazu. Aber uns hat interessiert, ist denn 5G in der Lage, Entzündungsprozesse zu verursachen? Und ist es auch dadurch in der Lage, Einwirkungen auf die Hirnfunktion zu machen? Das war unsere Fragestellung. Und wir können dann, wenn wir an dieser Stelle untersuchen, vieles sagen über das, was vorher passiert und auch was danach passieren wird. Das ist dann nicht hypothetisch, sondern das ist wissenschaftlich eben bereits publiziert. Ganz interessant ist diese Arbeit von Sternberg, die schon, glaube ich, 2019 publiziert wurde in einem Buch. Und er zeigte dann, dass eben solche Entzündungsprozesse, er hat Interleukin 1 untersucht, in der Lage sind, die Hirngefäße durchlässig zu machen, Entzündungsprozesse im Gehirn auszulösen. Und das ist das, was Häuser dann auf diesem Bild untersucht hat. Diese Änderung der Durchströmung des Gehirns und der Ernährung eben, dass das, was wir bei Chemikalien gefunden haben, bei elektromagnetischen Feldern auch der Fall ist. Das linke Bild zeigt ein normal gut, in dem reichlichen Gelb, ein normal gut ernährtes Gehirn, das auch gut Sauerstoff versorgt ist. Und dieses fleckige, löchrige Bild auf der rechten Seite daneben zeigt, was dann passiert, wenn elektromagnetische Felder einwirken. Und wir haben uns dann damit befasst, welche Symptome werden denn berichtet. Und ich glaube, da wird Diana Hentz jetzt etwas dazu sagen, also bei welchen Angaben die Patienten machen, müssen wir die Ohren anfangen zu spitzen. Und wie selektieren wir die Menschen, die infrage kommen, auf solche Einflüsse? Diana, wenn du da vielleicht etwas dazu sagst. Ich habe noch einen Grundsatz, also ich meine, es sind viele Studien aufgeführt gewesen, das ist ja erstaunlich, aber ich glaube, 2015, 16, hat auch der Europarat mal entschieden oder bekannt gegeben, akzeptiert, dass Elektromagnet nicht nur thermische Einflüsse hat, sondern auch thermische. Und von da an habe ich eigentlich gar nichts mehr gehört. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Bitte, Diana. Also es gibt mittlerweile eine sehr große Anzahl an international publizierten Studien, auch in sehr renommierten Fachjournalen. Und es gibt mittlerweile eine breite wissenschaftliche Evidenz, dass durch elektromagnetische Felder eine ganze Vielzahl von Erkrankungen oder auch Symptomen zumindest verschlimmert werden beziehungsweise auch ausgelöst werden können. Es gibt mehrere Meta-Analysen in dem Bereich. Eine der führenden Meta-Analysen ist die von Martin Paul aus 2016, wo in insgesamt 28 Studien gezeigt werden konnte, dass sowohl neuropsychiatrische Erkrankungen als auch Depressionen durch elektromagnetische Felder ausgelöst werden können. Das finde ich einen sehr interessanten Fakt, denn in den Medien heutzutage habe ich das bisher sehr wenig gelöst. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich kann nur sagen, auf Google ist Depression eines der meistgesuchten Wörter. Das gibt ja eigentlich zu denken. Das gibt zu denken, aber als Ursache werden häufig nicht externe Faktoren genannt, sondern endogene Faktoren. Und das ist genau etwas, was wir hier auch beforschen, was zum Umdenken anregen soll. Diana, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es gab ja, denke ich, sogar eine Studie der EU, die dann von den Gegnern als nicht wissenschaftlich abqualifiziert wurde. Wenn du vielleicht dazu noch was sagen könntest. Das heißt, es war eigentlich von höchster Stelle initiiert, diese Studie. Und weil sie das Ergebnis nicht brachte, was man erwartete, wurde selbst da. Es gibt eine Meta-Analyse von der EU, die ist im Juni 2021 erschienen, von der EU selbst in Auftrag gegeben, von dem wissenschaftlichen Beirat. Und in dieser Studie wurde festgestellt, und das ist ein sehr gravierendes Ergebnis, meiner Meinung nach, wenn das in einem EU-Bericht festgestellt wird, dass die niederfrequenten Anteile des 5G-Signals potenziell krebserregend sind und sich auch auf die reproduktiven Organe auswirken. Das steht dort wortwörtlich drin. Was dort auch drin steht, ist eine Forderung nach einer systematischen Aufklärung der Gesellschaft über die Wirkung von 5G und des Weiteren auch eine Forderung nach Technologien, um die Wirkung von 5G auf die Gesundheit zu reduzieren. Das heißt, man gibt in diesem Bericht zu, dass es tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit hat, wenn 5G-Exposition stattfindet und dass diese Auswirkungen durchaus sehr ernst zu nehmen sind. Da hat man die Spucken weg, oder? Also echt dramatisch. Ja, ja, ja. Und alles unterm Tisch, nichts gehört von dieser Studie. Ja, wurde in den Medien kaum kommuniziert. Vor Gerichten ist das mittlerweile ein sehr beliebtes Argument, zumindest von Personen, die versuchen, sich gegen den Ausbau von 5G-Masten vor ihren Häusern zu wehren. Wir haben aus Erfahrungsberichten allerdings sehr oft hören müssen, dass diese EU-Studie als Einzelmeinung und auch als unwissenschaftlich von den Gerichten abgetan wurde. Teilweise geht die Rechtsentscheidung noch mal ganz andere Wege, über die wir eigentlich gesellschaftspolitisch diskutieren müssen. Es werden plötzlich höhere Werte und Ziele genannt. Das heißt, bei uns ist ja eigentlich in Deutschland die Unversehrtheit der Person ein wesentlicher Bestandteil unserer Verfassung. Ich halte das sogar für den wichtigsten Bestandteil unserer ganzen Verfassung, was damals die Verfassungsrichter textmäßig einbrachten. Wenn jetzt es evident wird, dass eine Schädigung einer Person erfolgt, dann wird es als höheres Ziel eingesetzt, was wir technologisch mit der Technik meinetwegen können, welche Bedeutung sie wirtschaftlich hat, dass man dann einen Preis einer Person eingeht. Das steht aber in der Verfassung eigentlich aus meiner Sicht nicht als zulässig drin, sondern wir müssen dann als Gesellschaft diskutieren, wollen wir diesen Aspekt geändert haben und eine Höherwertigkeit wirtschaftlicher Ziele postulieren und die Unversehrtheit der einzelnen Personen niederrangig ansehen. Die Gerichte entscheiden im Moment gegen die Person. Das ist in den ganzen Rechtsentscheidungen bisher so gewesen. Ja, also die Verfassung müsste man neu schreiben. Es sieht ja so aus, auch die Meinungsfreiheit und weiß Gott, was alles ist. Es geht ja alles ein bisschen unter den Tisch jetzt. Ja, wir können das ja machen, aber wir müssen die Leute fragen, ob sie es wollen. Ja, ja, klar. Ja, und das kann man nicht so unter der Hand regeln, sondern das sind ganz wichtige gesellschaftliche Diskussionen, die wir brauchen. Aber wir brauchen dazu natürlich auch eine gut informierte Gesellschaft und das sage ich der Gesellschaft aber auch, sie muss endlich auch lernen mitzudenken. Sie kann das Denken nicht abschaffen und immer sagen, das sollen fünf Leute machen, das Nachdenken. Sondern wenn wir als Gesellschaft funktionieren wollen, dürfen wir nicht das machen, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben, sondern wir müssen selbstständig Meinung bilden, nachdenken, unsere Ziele versuchen zu erkennen, beantworten, was wollen wir, was mit unseren Kindern geschieht, wie soll die Entwicklung mit denen weitergehen und wie soll die Welt weiter funktionieren, wenn wir so weit haben, das Machbare machen. Und da fehlt mir auf breiter Ebene eigentlich eine inhaltsvolle Diskussion, was nicht heißt, dass es nicht einzelne Leute gibt, die solche Themen wirklich gehaltvoll diskutieren. Aber das bleibt unter dem Teppich, das wird nicht mehr öffentlich gemacht. Und da bin ich einer, der fordert Öffentlichkeit, Austausch, nicht politische Zuordnung einer kontroversen Meinung in eine Randgruppe hinein. Wissenschaft liebt davon, kontrovers zu sein. Und da müssen wir uns auch das anhören, was uns vielleicht persönlich nicht so in den Kram passt. Aber Fakt ist, es läuft ein großer Feldversuch. Wir schauen mal, was alles passiert. Wir haben viele Studien, die zeigen, wohin die Reise gehen kann, wo wir heute sensibilisiert hinschauen sollten, welche Symptome auf das zurückzuführen sind oder könnten. Und das ist eigentlich tragisch. Es ist ja ein Jammert, dass wir hingehen müssen und Fragen stellen, kann dort etwas sein. Das sind Fragen, die sollten vor Nutzung eigentlich gestellt worden sein. Und ich kann natürlich immer leicht sagen, eine Sache macht nichts, wenn ich es gar nicht hinterfragt habe, was sie denn macht. Und das heißt, diese Informationsarmut, diese Armut an Fragestellungen, die man dabei hat, die bedingt natürlich oder ist eine Sicherstellung der Aussage, das ist ungefährlich und macht nichts. Und wenn man anfängt, hinter die Kulissen zu schauen, das haben wir gemacht, Diana Hens eigentlich noch intensiver als ich, dann stolpern wir plötzlich über Dinge, die uns nachdenken lassen und wo wir sagen, Vorsicht, so einfach beantwortet sind die Fragen nicht, wie man es bisher getan hat. Wir haben ja vorhin gesehen, ihr habt eine Studie gemacht in Bezug auf Depression und, kannst du noch etwas zurückblättern? Nein, die Studie befasst sich zunächst mal mit der Situation an dieser Stelle. Dort greift unsere Untersuchung ein und das würden wir gesondert vielleicht einmal darstellen, die einzelnen Daten, weil das sehr interessant ist. Es ist vielleicht erst mal interessant, wenn Diana Hens erst noch mal darstellt, was sagen denn die Patienten an Symptomen? Was sind die hauptsächlichen Beschwerden, die wir zu hören bekommen, wenn Patienten eben der Meinung sind, dass elektromagnetische Felder Krankheits- und Beschwerde auslösend sind? Diana, wenn du vielleicht dazu noch mal was sagst. Ja, gerne. Es wird eine Vielzahl von Symptomen berichtet. Ich referiere hier auch explizit auf die Symptome und Erkrankungsbilder, die auch wissenschaftlich publiziert sind. Es handelt sich oftmals um neurologische, psychische Symptome, zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Desorientiertheit. Das sind die klassischen Symptome, die im Bereich der kognitiven Funktionen berichtet werden. Oftmals berichten Patienten innere Unruhe. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Schlafen geht, wird berichtet, man kann nicht einschlafen, durchschlafen, wacht häufig auf. Gerade in der zweiten Nachthälfte müssen viele Personen, die ein Handy am Bett haben oder einen WLAN-Router in der Nähe berichten, dass sie dann aufstehen müssen, auf Toilette, Wasser lassen. Und so kommt es überhaupt nicht mehr zu einer Regeneration im Schlaf. Zu den eher schwerwiegenderen Symptomen gehören Veränderungen des Hirnstoffwechsels. Da werden wir später das anhand unserer Studie auch noch erklären. Man muss sich das so vorstellen, dass durch permanente Mobilfunkexpositionen oder WLAN-Exposition das Gehirn seine natürlichen Aktivierungsmuster verändert. Das heißt, wir haben natürliche Grundrhythmen, die durch diese künstlichen Felder auch dann künstlich verändert werden, dauerhaft verändert werden. Und das konnte in einer Meta-Analyse gezeigt werden, auch Auswirkungen auf den Neurotransmitter-Haushalt. Diese Neurotransmitter sind ganz wichtig, um auch unsere psychischen Funktionen, unser psychisches Befinden in einer Balance zu halten und geraten diese Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht durch externe Faktoren. Dann werden diese neuropsychiatrischen Erkrankungsbilder sichtbar. Wir sprechen hier explizit von elektromagnetischen Feldern als Risikofaktor, um das Umdenken anzuregen. Denn aus der Erfahrung heraus werden viele betroffene Personen oder Patienten beispielsweise, wenn sie am Arbeitsplatz diesen Feldern ausgesetzt sind und diese Beschwerden auf einmal entwickeln, sie werden gerne zum Psychologen oder auch gleich zum Psychiater geschickt. Oftmals besteht da auch nicht die Fachkenntnis, dass diese Beschwerden durch elektromagnetische Felder ausgelöst oder verstärkt werden können. Und es folgt dann eine Psychotherapie oder auch eine medikamentöse Therapie. Und da ist es uns ein wichtiges Anliegen, auf diesen Risikofaktor hinzuweisen, den auch abzuprüfen. Denn eine Ursachenbehebung wäre in dem Fall einfacher als eine medikamentöse Therapie. Aber Auflösung der Problematik am Arbeitsplatz, das heißt plötzlich kein WLAN mehr, alles am Kabel, also viele Dinge sind dann schon von der Geschäftsleitung her sehr zu hinterfragen, sein oder nicht sein. Das heißt, der betroffene Mensch hat ja irgendwo gar keine Chance, am Arbeitsplatz sich Hilfe zu bekommen, oder? Das stimmt nicht ganz. Daher klären wir auf. Denn Hilfe zur Selbsthilfe, also das Wissen zunächst um diese Umstände, die zu diesen Symptomen, Erkrankungsbildern führen können, ist der erste Schritt. Wenn die betroffene Person aufgeklärt wird, dass diese Felder maßgeblich auch zu den Beschwerden beitragen, kann sie zumindest versuchen, Änderungen herbeizuführen, was natürlich an einem Büroarbeitsplatz auch aus eigener Erfahrung oftmals schwierig ist. Im schlimmsten Falle wird ein Arbeitsplatzwechsel erforderlich, gerade bei Beschwerden. Wenn sie die Arbeitsfähigkeit oder die generelle Lebensqualität so sehr einschränken, ist tatsächlich ein Vermeiden dieser Felder erforderlich. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich 50 Kollegen in einem Büro innehabe und jeder hat noch irgendwo WLAN und Handy und so, dann muss ja der fast im Luftschutzkelder eingesperrt werden, diese Mitarbeiter. Gut, aber eines muss man sehen. Wenn wir die Handlungsebene und die Notwendigkeit zu handeln gut untermauern wollen, müssen wir von der Schilderung der subjektiven Wahrnehmung der Patienten wegkommen. Und unser beider Ziel ist es, wässbare, belegbare, reproduzierbare Daten zu schaffen, die dann es auch erkennen lassen, dass andere Strategien durchgeführt werden müssen, wenn man präventiv eben handeln will. Also die Wissenschaft muss immer die Aufgabe haben, das Empfundene und Wahrgenommene der Menschen in eine Ebene zu transportieren, die wissenschaftliche Sicherheit schafft, die belegt, dass das, was gesagt wird, Hand und Fuß hat in Bezug auch auf Funktionen. Und wenn man das eben belegen kann, ergeben sich natürlich auch Handlungskonsequenzen, die man dann besser einfordern kann, weil man es nicht, diese Symptome, wie sie Diana Henz dargestellt hat, werden ja oft als Persönlichkeitsmerkmale den Personen angelastet und werden nicht als Ausdruck einer Erkrankung gesehen. Und da müssen wir davon weg. Und unsere beider Anstrengung geht eben da hinaus, dass es uns gelingt, eben diese Zusammenhänge objektiv zu zeigen, dass es uns gelingt, mit Messmethoden das darzustellen, die andere reproduzieren können, wenn sie die Messtechnik beherrschen, dass sie auch kontrollieren können. Wir wollen uns gerne kontrollieren lassen. Wir stellen uns der Diskussion und haben damit auch kein Problem, weil wir unseren eigenen Ergebnissen, die wir erzielen, eigentlich gut vertrauen können. Und insofern reden wir nichts aus dem hohen Bauch heraus, was wir zu diesen Themen sagen, sondern wir haben zunächst geprüft und dann machen wir den Mund erst auf. Ja, ich suche immer noch gerne einen positiven Abschluss auch in die Sendung rein, denn kann jetzt dieser Mitarbeiter am Arbeitsplatz, nebst dem, dass er sagt, ich verzichte, was es geht, auch selbst was tun in der Selbstverantwortung? Gibt es Möglichkeiten, um diese Problematiken individuell loszuwerden oder zu verbessern? Ja, diese Möglichkeiten gibt es durchaus. Wir beforschen vor allen Dingen, ja, also wir schauen zum einen, dass wir in der Grundlagenforschung mit klinisch validierten Verfahren sehr weit kommen, was die Ursachen für die Beschwerden sind. Und auf der anderen Seite untersuchen wir Methoden, mit denen diese Wirkung der elektromagnetischen Felder reduziert oder gar aufgehoben werden können. Wir haben seit 2016 eine ganze Reihe von Studien durchgeführt in sämtlichen alltäglichen Situationen, also am Arbeitsplatz, im Wohnraum, am Schlafplatz, im Auto, mit dem Smartphone, im Sport, wie die Wirkung dieser Felder auf die Gehirnaktivität, auf die HRV, auf die Muskulatur durch bestimmte Verfahren reduziert werden kann. Und um die Frage zu beantworten, ja, es gibt durchaus sehr wirksame Methoden, um die Wirkung der elektromagnetischen Felder auf bestimmte Organsysteme zu reduzieren. Ist das eine spezielle Technologie oder etwas, was ich an meinem Körper trage oder hinstelle, das ein Gegenfeld aufbaut? Oder was muss man sich da vorstellen? Wir haben in dem Fall eine ganz spezielle Technologie über mehrere Jahre hinweg untersucht. Wir haben die Ergebnisse auch replizieren können in verschiedenen Lebensbereichen. Diese Technologie wird auf den elektrischen Geräten appliziert, auf dem Smartphone, im Auto, am Schlafplatz. Und mit dieser Technologie ist es möglich, die Wirkung der elektromagnetischen Felder signifikant zu reduzieren. Das ist ja eigentlich ein Segen. Ich habe das immer ein bisschen hinterfragt, sein oder nicht sein. Ich habe Messungen ja auch schon gemacht, auf die HRV gesehen, dass man durchaus mit Informationen die biologische Verträglichkeit von Elektrosmog begünstigen kann. Dachte ich zumindest, zumindest meine Interpretation. Wie muss man sich das da in dieser Technologie vorstellen? Also ich habe im Laufe der Jahre an der Universität Mainz, wir haben verschiedene Technologien getestet, auf deren Wirksamkeit hin. Wir haben da eine sehr große Bandbreite an Erfahrungen gesammelt. Und es ist eine Technologie aufgetreten, mit der hatten wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Und die werden wir auch hier im weiteren Verlauf vorstellen. Wir haben da eine Studie durchgeführt. Und wir haben auch zum Thema 5G und Reduktion der Wirkung von 5G auf bestimmte Organsysteme untersucht und dort auch positive Effekte gefunden. Ich insiste hier vielleicht auch nochmal, denn wir haben jetzt schon ein Bild gezeichnet vom Elektrosmog, was ganz bestimmt jedem einleuchtend ist, dass es mit uns was tut. Und es wird jedem was tun. Wir sind alle in der Natur mit eingebunden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt wissenschaftliche Forschungen, Ergebnisse, die zeigen, dass ich für mich Elektrosmog verträglicher machen kann, was mit Ergebnissen hinterlegt ist. Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich raufgehen kann, mir das anschauen kann und sagen, aha, so funktioniert das. Und das sind die Ergebnisse. Ich weiß, wir machen eine zweite Sendung, aber es ist nicht klar, ob die Zuschauer der ersten Sendung auch die zweite sehen werden. Die Studien sind zum einen international publiziert und auch im Internet abrufbar. Und eine Zusammenfassung der Ergebnisse, auch auf eine deutschsprachige Zusammenfassung, die internationalen Publikationen sind auf Englisch und in sehr komplizierter Fachsprache gehalten, daher für den Laien eher schwer zu verstehen. Es gibt eine sehr schöne, übersichtliche Zusammenfassung auf salusmed.world. Gut, das ist die Stiftung, die kenne ich, und die hat das dort auf der Homepage veröffentlicht. Auf der Homepage sind die einzelnen Studien in Kurzzusammenfassung dargestellt, mit allen relevanten Studienergebnissen sehr verständlich dargestellt. Und auf dieser Homepage findet sich eine sehr schöne Übersicht, auch mit den Links zu den jeweiligen Studien im Internet. Gut, und das kann ich, wenn ich mir das entscheide, für mich persönlich auch schon etwas erwerben, sei es für den Arbeitsplatz, sei es für zu Hause, für ein Bett, für unterwegs, gibt es da schon Lösungen, die man kaufen kann? Auf der Salusmed Homepage werden unter anderem kombinierte Präventions- und Interventionskonzepte angeboten, denn wenn es um die Prävention und Behandlung von Störungen im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern geht, sollte man verschiedene Faktoren beachten. Zum anderen neben der elektromagnetischen Felder auch den Mikronährstoffstatus. Es sollte eine dezidierte Diagnostik mittels Laborwerten vorgenommen werden. Und es sind andere Verfahren mittlerweile auch getestet worden, wenn bereits neuropsychiatrische Störungen durch die elektromagnetischen Felder aufgetreten sind, gibt es Möglichkeiten wie die Gehirnrhythmik, die aus dem Not geraten ist, wieder in ein natürliches Gleichgewicht gebracht werden kann. All dieses wird auf dieser Homepage der Salusmed World dargestellt. Noch eine Frage. Du hast jetzt die Mikronährstoffe noch dazu gebracht. Ist das auch untersucht, ob ein Mensch Defizit hat in den Mikronährstoffen, wie er reagiert auf solche Elektrosmogfelder und umgekehrt? In der laufenden 5G-Studie, die von der Stiftung für Gesundheit und Umwelt ausgeführt wird, gefördert wird, wird unter anderem auch dieser Aspekt untersucht. Wir untersuchen im Moment im Langzeitversuch, das heißt, die Probanden erhalten eine Mikronährstoffmischung, die maßgeschneidert auf jeden einzelnen Probanden angewendet wird, über ein Jahr lang hinweg. Und wir versuchen dann im Nachtest festzustellen, ob diese Mikronährstoffgabe resistenter oder resilienter gegenüber der 5G-Strahlung macht. Ist ja davon auszugehen eigentlich, oder? Im Grunde ja. Wir untersuchen verschiedene Parameter, also einmal die Gehirnaktivität, Herzratenvariabilität, die mitochondriale Bioenergetik und den Immunstatus. Also das ist eine ganze Palette von Parametern und anhand dessen werden wir dann ein sehr differenziertes Bild abgeben können, wie Mikronährstoffe in diesem Bereich wirken. Jetzt, meine, das, was Sie ja jetzt schon an Forschungsarbeiten gemacht haben, die Ergebnisse, die Sie da sind, müssten ja eigentlich für großes Furore sorgen. Ich meine, ich sage immer, die Technologien, die wir haben im Bereich Mobil, Funk, Netz und so weiter, ist ja genial. Für die Wirtschaft genial, für die Kommunikation genial. Es ist sicherlich ein Fortschritt und wir wollen ja auch nicht darauf verzichten. Aber wenn wir wissen, dass wir das, was wir da einerseits uns antun, mit etwas anderem überlagern könnten, sodass es uns nicht den gesundheitlich negativen Aspekt vermittelt, dann müsste doch das jeder haben und wissen. Ja, deswegen sind wir auch hier, um das zu kommunizieren, denn in der Bevölkerung ist das noch nicht so angekommen und diese Studien sind alle englischsprachig, wie gesagt, publiziert und das ist für den normalen Verbraucher natürlich schwer zu fassen und daher brauchen wir eine deutschsprachige. Aber warum greift da jetzt nicht die ganze Mobilfunkindustrie direkt an der Ursache an und sagen, wir verkaufen Handys nur noch so, wir schauen, dass die Mobilfunk... Weil das ist ja auch eine Haftungsfrage. Das ist richtig, ja. Ich weiß ja auch zum Beispiel, Elektrohochschäden wird ja... Keine Versicherung übernimmt das. Also die Versicherungen sagen, hol den Finger weg, das ist ein schön schwarzes Loch, wir wissen nicht, was da passiert. Und auf der anderen Seite hätte doch diese Konzerne die Chance, jetzt etwas zu tun. Ich denke aber, die Denkweise ist falsch. Richtig, das ist die Logik, denn sonst... Denn die Industrie würde mit dem Zugeben der Handlungskonzepte, wie sie Diana Hens vorgesprochen hat, würde sie zugeben, es gibt ein Problem. Das Problem wird aber dadurch gelöst, dass man sagt, es gibt gar kein Problem, das Behandlungsnotwendigkeit ergibt. Ja, aber das irgendwann explodiert. Das ist der Punkt. Und wir können nicht mehr wegschauen, oder? Das ist der Punkt. Aber da ist man in allen Belangen, die ich in diesen 30 Jahren, in denen ich tätig war, gesehen habe, hat man immer diese Strategie gewählt. Das war bei den chlorierten Kohlenwasserstoffen so. Es wurde einfach gesagt, das macht nichts, bis es unausweichtig war, es zuzugeben. Es macht doch etwas. Und diese Strategie verfolgt man jetzt natürlich auch. Das Problem ist, dass man eben auch eine Allianz findet, die das stark genug vertritt, sodass dann solche Meinungen, wie wir sie haben, als Außenseitermeinungen gebrannt werden. Obwohl wir eigentlich nur das tun, was wir im Studium gelernt haben, was wir an wissenschaftlichen Denken einzubringen haben, wie wir zu handeln haben. Und wir verstoßen gar nicht gegen diese Grundregeln. Und die Ergebnisse sind nicht wieder legbar. Sie sind da und reproduzierbar. Das ist der Punkt. Aber wir haben es auch vorhin gehört mit der europäischen Studie. Dann wird eine solche Studie von höchster Ebene, die wird als unwissenschaftlich abqualifiziert. Obwohl man davon ausgehen kann, dass man für diese Studien nicht lauter Greenhorns herangezogen hat, die so etwas machen. Das sind doch alles Leute, die haben Erfahrung in diesen Themen. Und dieser Handlungsfehler, der dahinter steckt, der wird ja seit Jahrzehnten immer wieder gemacht, auch weil er billiger ist. Die Rendite ist höher, wenn ich so verfahre. Denn ich habe keine Ausgaben zu fürchten. Ich habe rein den Erlös. Und ich habe nur die Kosten der Herstellung, der Inverkehrbringung und der Produktion. Aber ich habe sonst keine Kosten. Das ist besser kalkulierbar. Betriebswirte denken aus meiner Sicht leider nicht anders. Und das Geschehen wird zu sehr inzwischen von diesen Leuten bestimmt. Und wir sind immer erst die zweite Riege, die gefragt wird. Also wieder einmal, wir müssen einfach von unten nach oben uns selber schützen, statt dass man von oben für unsere Gesundheit schaut. Sondern wir können selber was tun. Auch werden wir in der nächsten Sendung über dieses Thema reden, genau die Studiergebnisse ganz genau anschauen und über diese Technologie und wie die funktioniert reden. Weil das ist das, wo ich auch richtig brenne darauf, weil ich schon viel gehört habe über Schutzartikel, die mir irgendwie so hrv-mäßig etwas messe. Aber mir fehlt immer die Wissenschaftlichkeit dahinter. Gut, wir würden eher über die wissenschaftlichen Ergebnisse reden wollen, während wir die technischen Details auch den Technikern in unserer Arbeitsgruppe überlassen wollen, weil das verstehen die wieder besser darzustellen als wir. Wir sind für das Medizinische, die beiden, die das Konzept vorgeben und auch die Interpretation. Aber wenn das Know-how gefragt ist in der Messtechnik, in der Technik der Präventionsmaßnahmen, die sich ergeben, dann geben wir diese Thematik beide immer gern an diejenigen ab, die in unserer Gruppe eben auch die technische Arbeit machen. Gut, dann versuchen wir das im nächsten Teil, indem wir wirklich auf die medizinischen Aspekte eingehen, auf die Wirkung der Technologie und vielleicht noch so ein bisschen das Warum. Und dann machen wir die dritte Sendung mit einem Techniker, der uns dann sagt, weshalb das wirklich so funktioniert. Gut, sehr gerne. Und dann haben wir einen Dreiteiler, wo wir jetzt die Menschen mitnehmen, sensibilisieren auf diesen Bereich. Herzlichen Dank, liebe Dr. Diana Enz und Dr. Kurt Müller. Herzlichen Dank für dieses Einleitungsgespräch, für diese Einleitungssendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen, innerhalb von einer stündigen Sendung können wir da nicht alles präsentieren, sondern ich muss Sie einfach bitten, wirklich den Teil 2 anzuschauen, der da entsprechend auch markiert wird und ein Teil 3, um hier wirklich ein umfassendes Wissen zu dieser Thematik sich aufbauen zu können. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen, bitte.